Hey du, hast du Schmutzbrett schon abonniert? Wenn nicht, dann mach das doch jetzt noch schnell. Und dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Reaction. Tschüssü! Ich kann ganz kurz noch sagen, was weiß ich über diesen Kampf? Das ist ja immer für euch interessant. Achso, ja. Ich weiß, dass dieser Titel heißt Preise die Königin und ein Nidoqueen im Gegnerteam ist. Ich weiß, dass Nidoqueen auf dem Thumbnail ist. Ich weiß, dass Bellys Titel ist irgendwas mit Verwirrung oder so was. Und Uaf Nier auf dem Thumbnail ist. Und der kann ja orkanen und Verwirrung. Und ich glaube, du hast keinen Move mit dabei, der verwirren kann. Und das sind alles schlechte Zeichen. Aber ich weiß auch, dass du jetzt nicht mega unglücklich geschrieben hast, zumindest über Discord. Deswegen ein bisschen Hoffnung ist da. Okay. Ich hab auf jeden Fall irgendwann geschrieben, dass Nidoqueen echt scary aussieht. Stimmt. Das hast du mir auch noch geschrieben, ja. So. Aufs Team können wir trotzdem ganz kurz mal eingehen. Genau, stell dir mal vor. Raiko ist schon ein bisschen besonders tatsächlich mit der Dampfweize. Donnerplatz-Liederwasser-Dampfweize-Gedankengut mit den Überresten. War ursprünglich mal ein Sub-Karm-Mindset. Dann sind wir auf Dampfweize gekommen, um selber auch mal besser hitten zu können, ne? Interessant. Gucken, ob es was bringt. Denn X-Bud soll eigentlich vor allem D-Fongen ist gut dafür, dass nicht einfach Boden-Moves gespampt werden können. Superzahn-Kertwende-Ruhrort-Auflockern. Nichts besonderes. Godrom soll böllern, 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 böllern. Chlor. Im Gegnerteam haben wir Uha, Fnir und Xerox und die halten ihn ganz gut auf. Aber auch das ist handelbar. Mit den Muskeln vielleicht nochmal so, ne? Also, dass du nochmal 10% mehr Damage machst mit allem. Genau. Genau, ein bisschen mehr Damage. Ansonsten halt relativ klassisches Set mit Grasrutsche, Abschlag, Pferde, Steck und Kehrtwende. Mhm. Dann haben wir Heatrill mit dem Klammerband. Ja. Nices Item. Ähm, erhöht den Chip-Damage, also den Trapping-Damage. Quasi von 1 Sechstel auf 1 Achte auf 1 Sechstel. Genau, das heißt jedes Mal, wenn dieser konstante Damage kommt, 1 Sechstel der KP weg, was ziemlich viel ist. Genau. Äh, Lavasturm, Toxin, Tarnsteine, Lichtkanone. Mhm. Eigentlich auch nichts Besonderes. Toxin kann man hier nochmal erwähnen. Gegen das Nebelfeld natürlich ein bisschen interessant, aber war vor, Uha von mir vor allem gedacht. Und der berühlt das Nebelfeld eh nicht. Ist also nicht geschützt, ja. Dann haben wir Ten Tragelson mit dem Traiko-Schlammwoge. Seht ihr, was der Rollwände? Der ist vor Kapokime vor allem da. Soll da ein bisschen Chip-Damage verteilen. Dies, das. Und der hat allgemein ein ziemlich nices Match-Up gehabt. Und zuletzt noch Kangama. Warte, 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 warte mal. Der war nicht für Kapokime vor allem da, oder? Sondern für Zera Aura vor allem, oder? Äh, Aura und Kime, ja. Also beides handelt er sehr, sehr gut. Ja. Habe ich ja auch gesagt in der Team-Krieg-Führung. Okay. Mhm. Ähm, und Kangama mit der Offensivweste. Sehr offensiv tatsächlich auch. Also nicht mal irgendwie, ähm, mit KP-Investment oder so großartig. Sondern volle Bude reinböllern. Body-Slam, Ice-Tip, Feuerschlag, Tiefschlag. War ursprünglich sogar mal ein Wahlband-Set. Ja. Äh, sind, bin ich aber von weggegangen. Ja. Ähm, also wir haben ja, wir haben ja wieder ein bisschen Testkampf gemacht, dies, das. Und Band war schon cool im Testkampf. Kann aber halt auch hart nach hinten losgehen. Und, äh, ich weiß noch nicht, ob ich glücklich oder nicht so glücklich darüber bin, dass du das weggemacht hast, wird wahrscheinlich auf den Kampf selbst dann drauf ankommen, ob man dann jetzt den Bandit-Damage brauchte oder eher den Bulk oder, 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 ne? Nachher ist man eh immer schlauer, deswegen... Ja. Äh, braucht man jetzt nicht großartig drüber zu talken. Ja. Ja. In den Testkampf eigentlich... Was ich sonst noch, äh, sehr spannend fand an dem, an dem, an dem Trio oder drei Sachen, die ich noch interessant fand, war einmal, dass X-Bot natürlich sehr passiv ist. Also passiv sein kann, im Sinne von, der kann nichts finishen. Ja. Also außer mit Kehrtwende, aber da wird es ein bisschen schwierig. Ähm, dass natürlich Tandrak bereits am Spieltag Nummer zwei mit dabei ist. Wer in PBL gesehen hat, weiß ja, dass der, äh, dass ich den schon mal hatte, in der vorherigen Season. Und, dass der da im Doubles, Dynamax-Meter nur am letzten Spieltag mitkam, weil es quasi um nichts mehr ging. Und, ich habe Bellys Team-Building geschaut und weiß daher, dass er auf Uafni ein bestimmtes Item hat, ähm, was eventuell dieses Heatran-Set ein bisschen ausknocken könnte. Ach so, ja. Ähm, ich kenne das Item natürlich auch. Ja. Ja, ja. Ist die, äh, boah, wie hieß denn das? Shad-Skin? Ist die Shad-Shell, äh, die Wechsel-Shell. Shad-Shell, genau. Mhm. Aber aktiviert die sich oder bleibt die dauerhaft drauf? Nein, die bleibt dauerhaft. Okay. Du kannst dann halt einfach auswechseln, wenn du getrennt bist. Ähm, was noch... Äh, was ich noch sagen wollte, ist, dass Tantrack auch sehr nice war für Vulcanion tatsächlich. Also, auch da nochmal ganz nett. Stimmt, true. Vulcanion natürlich auch nochmal ein Ding auf jeden Fall. Äh, ja. Und Memo mal wieder nicht mit dabei bei dir. Aber der ist, der ist, wie wir gesehen haben bei Belly im Team-Building, der ist auch so scary. Der muss nicht mitkommen. Alles wird darauf geprappt. Ich glaube, er hat irgendwie so drei verschiedene Sets und Begründungen, warum Sachen sind, wie sie sind. Ja. Ja, ähm. Wir nehmen Memo... Also, du nimmst Memo einfach niemals mit. Ich nehm den niemals mit. Ne, ich darf den einfach so als passiven Druck mit dem Kader. Das ist in Ordnung. Richtig, richtig. Ähm, alle preppen sich dagegen übel, aber... Ja. Scheiße. Okay. Dann lass uns reingehen. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß noch nicht, ob es das Raikoset so ist, weil Raikos sieht gar nicht mal so geil aus gegen die sechs Monsters, die jetzt mitgekommen sind. Aber... Naja, also, wenn ich... Also, jetzt mach mal halb lang. Ja, wir gucken einfach mal, würde ich sagen. Wie gut Raikosayi wird. Ja, ja. Let's go. Keine Ahnung. Hi. Es geht ran gegen Belly und ich hab... Und hallöchen an alle Leute natürlich, die dazugekommen sind in der Zwischenzeit. Bob auf das Team, was er da hat. Er bringt Sarah Aura mit Bronzong Nidoqueen, interessanterweise. Urhaf mir, Xerox und natürlich auch Kapu Kime. Das war ja irgendwie auch klar. Sarah Aura wäre ein guter Lead. Dagegen können wir auch nicht krass viel machen, möchte ich sagen. Wir könnten mit Hagrid rein, aber ich möchte eigentlich nicht mit Hagrid rein. Vielleicht gehen wir einfach direkt mit Aragog. Was ist sein Check gegen Aragog? Klar, er kann da schon ein bisschen was machen. Aber da könnten direkt Tarnsteine legen, was sehr, sehr geil wäre. Zum Beispiel. Aber er wird Defog dabei haben, relativ sicker. Ja, ich würde aber trotzdem, glaube ich, mit Aragog... Ja, das ist zumindest das Positive, ne? Wenn da die Shatchel, die Wechselhülle drauf ist, dann sind da zumindest keine Plateauschuhe drauf. Das ist korrekt. Was sagst du zu dem Plateauschuhe-Icon im Overlay? Oh, ich hoffe, das ist kein Fehler so far. Plateauschuhe-Icon im Overlay? Ah! Ich hab gerade die ganze Zeit bei Belly gesucht, so. Hä, wieso blendest du da schon was ein? Aber... Auf jeden Fall Tabophil dabei. Seilisch-Expat. Frag mich vor allem, wo er die trägt eigentlich. Ja, das weiß man nicht. Einmal Flügel für. Aber auch, jetzt mal so Realtalk, ne? Plateauschuhe, aber auch das weirdeste Item ever, wenn du bedenkst, dass du gegen Tarnsteine das meistens spielst und das vor allem Flug-Pokémon sind, sind ja... Ja, true. Dann spiel doch die Schutzflügel oder die Plateauflügel. Die Schutzflügel. Das kommt auch... Ja, so ein Schutzmantel hätte ich echt... Vielleicht doch ein Hazard Setter. Man kann sich da ja nie sicher sein, nicht wahr? Und Sens fragt gerade, warum die Monsters plötzlich an der Seite sind. Da gab es Kritik, dass das an der Seite ein bisschen besser passt. Aber darauf gehen wir natürlich ein. Genau, es gab halt von mehreren Leuten, war jetzt nicht nur einer, den Kritikpunkt, dass, weil der KP-Balken vom Gegner oben ist und mein Team oben ist, das war verwirrend. Deswegen haben wir das einfach mal getreten. Könnten genauso gut auf Narcissa gehen. Guck, jetzt sind ja deine Mons auch links. Der könnte theoretisch direkt auflockern wieder. Ja, ist schon. Das ist eine Option. Heavy-Duty-Wings. Narcissa ist aber auch eine gute Option. Wer war jetzt im Lied? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Auflockern können wir immer noch. Ich glaube, ich gehe direkt auf Kangama raus. Ah, Nido-Queen. Das ist durchaus eine Option, die wir hier haben. Und da will ich doch direkt mal gucken, wie Kangama dagegen so steht. Eigentlich grundsätzlich gut. Es kommen direkt die Erdkräfte. Okay. Vielleicht dachte ich jetzt erstmal nichts. Dann erst mal noch keine Hazards an der Stelle. Und die Frage ist jetzt, was will er weiter tun? Er kann Fokusblast drücken, natürlich. Ähm, was kann da reinkommen jetzt? Ähm, Xerox kann natürlich reinkommen. Ist klar. Bronzong könnte reinkommen. Ist auch klar. Wir könnten theoretisch aber auch einfach mal für ein Bodyslam gehen. Das wird nicht insane viel Schaden machen, aber ein bisschen. Wir haben eine Parachance, eine gewisse. Ich glaube, ich mache das einfach mal. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Erdkräfte gesehen. Äh, Erdkräfte ist jetzt wichtig. Und es kommt einfach ein Bronzong rein, okay? Ist halt die Sache, möchte ich drinbleiben und Firepunch drücken. Oder Feuerschlag meine ich natürlich. Entschuldigung. Manchmal rede ich manchmal. Jawoll! Wir kriegen die Parachance. Jawoll! Da geben wir aber sowas von rein. Das ist quasi ein Win. Wir könnten das riskieren. Stimmt, du hast keinen Knock-Off drauf, ne? Kann der überhaupt Knock-Off? Ja, ne? Ähm. Kangama? Nee, du kannst. Er kann keinen Knock-Off. Aber er wird dann versuchen, die Rocks zu legen, oder? Ich glaube, ich drück den Feuerschlag. Wobei das auch für eine gewisse Überraschung sein. Stimmt, du hast Feuerschlag einfach. An der Stelle. Ja. Wir könnten daher auch raus in zum Beispiel sowas wie Hagrid. Ah, ja. Den könnten wir rausgehen. Bitte nicht, Pudi. Der ist natürlich eine Anziehung. Achso, was wollte ich weiß? Nee, du wolltest in Tandra rausgehen. Der macht ja nichts dagegen. Der wird sicherlich Schwebehammer. Achso, ich drück einfach mal in den Feuerschlag. Also ich sehe den Gedanken an, dass du überlegst, Feuerschlag aufbewahren oder nicht für Chirox. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr okay, das hier einzusetzen. Und die Full-Para. Ja, mhm. Delicious. Und L89. Vielen Dank für den Krams. Ich gehe nochmal für den Feuerschlag an der Stelle. Bronzom hier wegzukriegen, wäre insanely gut. Ich sage es, wie es ist. Ich sage es, wie es ist. Bronzom hier wegzukriegen, wäre insanely gut. Aber der nächste Feuerschlag gilt noch nicht ganz, oder? Holy shit. Doch. Das hilft Gortrom so weiter. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hat er ihn gecritet? Jetzt gerade gecritet. Lasst es mal Crit into Full-Para. Ach du Scheiße. Also. Habe ich gar nicht mitbekommen, den Volltreffer. Nimmt man. Nimmt von safe. Weil wir haben ja gecritet. Und. Ja. Ich gehe nochmal für den Feuerschlag. Ja. Nochmal Crit, komm. Ja. Schade. Ja. Nochmal Full-Para. Diesmal kommt die Rocks raus. Ja, aber das ist eigentlich sehr geil. Weil eigentlich bekommt er die nicht nochmal raus. Und du bist noch sehr früh am Anfang. Kriegst also relativ safe gedefogt. Aber wenn der Best ist, wo wir auflockern können, dann liegen keine Teilzahlen mehr auf unserer Seite. Wir könnten jetzt für einen Bodyslam gehen. Das kann reichen, muss aber nicht. Nochmal einen Feuerschlag können wir auch riskieren eigentlich. Wird er den hier abwerfen? Maybe. Ich gehe nochmal für den Feuerschlag, glaube ich. Er ist der Full-Paraat. Und er kann natürlich hier ein bisschen was switchen, switchering, switchering. Wie ist das? Auf jeden Fall. Er geht tatsächlich nochmal raus. Er geht echt raus. Kime. Ja. Kevlar. Nidoqueen. Ja, nimmt man doch aber auch. Also, ich würde nicht mega viel machen, aber ein bisschen. Schon okay. Ja, aber habe ich damit ein großes Giftschleim, ist das, ne? Diesmal ist es richtig, Giftschleim. Diesmal ist es richtig, Giftschleim. Ja. Ich würde aber trotzdem hier jetzt gerne... Und für den Bodyslam gehen. Ich will ehrlich sein. Der Bodyslam. Nidoqueen. Ähm. Wen brauchst du, Kangama, noch? Der hat mit den Erdkräften... Eigentlich... ... den Kangama nicht annähernd das gemacht. Also ist der nicht... ... also ist der wahrscheinlich nicht... ... so als Check für Mildoqueen. Äh, er ist ja eh Giftschleim, klar. Und offensiv für Xerox vielleicht den Feuer-Move zu haben, ist noch ganz nett. Bodyslam, I hope. Weil sonst hast du nicht sehr viele Feuer-Move im Team, abseits von Heatrin. Protect. Das ist interessant. Äh... Der sollte schon was Netschaden machen. Ist okay, please? Nein? Na gut. Toxic. Na, Toxin ist nicht schön. Ja, insbesondere mit Protect nicht so. Vielleicht seh ich jetzt in X-Bud gehen. Der wird jetzt sicherlich wieder Protecten, I guess. Ähm... Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Ja, weiß ich nicht. Dann kriegst du halt direkt Defog raus. Ich würde an der Stelle einfach für X-Bud gehen. Das Ding ist halt, wir haben jetzt Protect gesehen bei ihm. Denn X-Bud eigentlich... Ja, ja. Es kann genauso sein, dass er sich denkt, ein Ice-Sieb lebe ich noch. Bin ich ehrlich. Also auch im Testkampf war der okay, aber hat nicht so viel Druck gemacht wie jetzt. Da wird jetzt X-Bud kommen. Sehr, sehr geil gerade. Um zu Defoggen. Ich drücke Ice-Sprang. So, bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Schutzschild. Ja, das hab ich mir fast gedacht. Und wir können jetzt eigentlich einmal auflockern, oder? Ich seh' da das große Problem jetzt, ne? Naja, das ist so nervig. Vor allem mit Schutzschild so, ne? Es ist viel Heilung. Wenn der nicht offensiv ist, sollte er uns auch nicht super viel können. So, aber die Rocks wegzuhaben und morgens dann halt auf der Range zu haben, wo es ist, ist sehr, sehr cool. Und der letzte Move auf dem ist der Eisstrahl, ja. Der wird schon Schaden machen. Aber wir haben ja immer noch den Ruhrall, was sehr gut ist. Und freezen kannst du ja auch nicht wegen Ruhrgewalt. Und dann können wir mal jetzt raus und können ein bisschen Pressure machen, glaube ich. Ja, das Problem ist, wir haben natürlich nur eine schnelle Kehrtwende. Das gefällt mir nicht. Klar, mit Gras fällt natürlich noch mehr Recover. Aber die haben sich nicht raus. Das kann aber auch böse natürlich losgehen. Wenn Hackett jetzt reinzugehen, ist es wahrscheinlich nicht. Auch in Grumbein reinzugehen, ist es nicht. Ruft die, danke schön! Ich möchte an der Stelle anmerken, dass ich in der Camp völlig überbelichtet war und das nachbearbeiten musste und es immer noch viel zu hell ist. Du Scheiße. Ich habe mir schon gedacht, weil die Camp ist ein bisschen, ein bisschen sehr wacko heute. Ja. Wir sind halt schneller, da kann ich auch ein Erdkräft und das knüllt halt dann richtig rein. Ich konnte es nicht besser machen nachher. Ich glaube, ich gehe einmal für einen Superzahn. Ich gehe hier einmal für einen Superzahn. Der misst mich, okay. Das sah kurz dann raus, dass er misst, aber er misst mich. Er geht nochmal für einen Superzahn, okay. Udi, Udi. Robraff, äh, nicht Quatsch. Fabi, danke schön, dass du Robraff einen Sub schenkst. Kuss, kuss, kuss. Das wirkte fast eher wie ein Critty-Crit. Na gut. Critty-Crit. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das für Erdkräfte geht. Kann ich mir jetzt vorstellen. Ich bin auf der Range echt ungeil. Gehe ich mal raus mit einer guten alten Kehrtwende. Ciao, mit V. Ich bin da mal weg, ne? So Gottrum ist aber sehr gefährlicher, als es wird schon. Aber Erdkräfte muss er fast ja schon drücken. Weil der Eisprall wird trotzdem auch gegen den sehr guten Schaden machen. Der Gottrum würde ich auf gar keinen Fall gehen, weil er dann so viel Recovery wiederbekommt. Vor allem mit Schutzschild noch. Yes. Ja, ja, das macht viel zu guten Schaden, leider. Wahrscheinlich ist es kein Dama. Wir können eigentlich nicht krass hier machen. Wir müssen fast schon auf Narcissor gehen. Ist halt uncool. Nehmen wir halt den Chip mit. Weil Chip, Toxic Chip. Wir haben jetzt aber keine gute Option so richtig. Es kommt nochmal Eistrahl, okay. Das ist interessant. Das ist interessant. Aber sehe ich durchaus. Weil Erdkräfte machbar war. Er hat halt Oort auch noch nicht gesehen an dem Punkt. Genau, genau. Weiß man nicht. Geht man eher von aus, würde ich sagen. Aber es ist fein, dass er das macht. Ich gehe hier einmal für Bodyslam. Es wird Protek kaum relativ safe. Oh. Er geht raus. Oh, vielleicht prediktet er X-Bud wieder oder so. Keine Ahnung. Aber kann ich mir fast nicht vorstellen. Es kommt Kime rein. Das ist sehr fein, glaube ich. Ich glaube, der hat auch Überreste. Also auch nervig. Chip auf Kime zu kriegen ist eigentlich sehr, sehr fein. Aber lieber Bodyslam als Icee. Da könnte er immer in Dings gehen, in Tantra. So sehe ich das nämlich. Nidokin macht auch viel mehr Druck als erhofft. Ja. Damage ist okay. Und ich glaube, der wird nicht auch noch schon Chip spielen. Okay. So, jetzt gehe ich auf jeden Fall in Tantra raus. Definitiv. Narcissa kann doch ein bisschen was machen zwischendrin. Also bis hierhin muss ich sagen, finde ich okay. Du machst gut Progress. Nidokin angechippt. Kime minimal angechippt. Bronch schon sehr, sehr down. Um einfach... Kann Gamma bei dir natürlich auch. Um nochmal roosten zu können. Das wäre stabil. Aber Tragalge ist auch erst mal ein. Norbert. Norbert. Oh, der hat auch Schutzschild. Wird er hier nochmal für Protect gehen? Ey, Tantra ist so riesig, ne? Kann schon gut sein, aber er kann auch self-eigen. Er ist, glaube ich, zwei Meter groß oder so. Ich gehe hier, denke ich, für eine Rollwende. Ist ja auch ein norwegischer Stachelbuckel. Bitte dich. Ich hätte hier immer Schlammwogel gedrückt, glaube ich. Er kann natürlich nochmal Schutzschild. Ja, wegen dem Schutzschild. Um zu scouten, was wir machen. Okay, crazy. Das geht schon. Aber Schutzschild eigentlich relativ stark für uns so weit. Da muss man doch kein Setup befürchten von Tantra, oder? Ich habe mal den Plex-Lach gesehen. Okay, es geht gegangen. Das ist sehr gut für uns. Und was kommt da rein? Gogeta. Das ist? Scherox. Man hätte es sich fast denken können, oder? Ich wäre für Schlammwogel gegangen. Als ob exakt dieses Szenario auch im Testkampf so gewesen ist. Egal, ob er auf Schutzschild geht oder nicht. Ich glaube, mit Flipturnen hast du mehr Procurs. Das ist unfassbar. Ja. Dieser Flo, ne? Auf jeden Fall. Ist halt die Frage nur, ob er die Flipturn auf dem Show hatte. Okay, Aragok könnte man jetzt machen. Da kann Sandkrab spielen. Aber das ist ein größeres Problem. Guck mal, Bollenhem dafür auch ganz gut ist. Wir könnten da auch auf den gehen. Aber ich glaube, das ist es erstmal nicht. Ich glaube, Aragok könnte es sein. Der könnte es echt sein. Und wir könnten jetzt einmal die Rocky Rocks legen. Ich glaube, damit sehe ich erstmal weniger Probleme. Ich kann ja prediken, aber ich glaube, Scherox darf er hier nicht riskieren. Wir drücken jetzt. Ja. Aber geht hier eher raus. Bollenhem haben wir gesehen. Und Antwark 18 kommt wieder rein. Das ist wieder Kieme. Das ist natürlich sehr stark wie der Switch. Klar. Und wir müssen hier natürlich wieder raus. Das ist ganz klar. Der hat Schutzschild, Überreste. Zwei Questions an der Stelle. Two Attacks, glaube ich. Wir müssen hier raus. Wir können beim nächsten Mal theoretisch auch riskieren. Die Rocks wegzuhaben und eigene draußen zu haben, erstmal gut. Ich gehe aber wieder in Norbert auf jeden Fall. Denk ich auch. Dings ist halt super scheiße. Bollenhem auf Scherox, weil das Tragalge so unterschippt ist. Das ist so schön. Lena hat zumindest, soweit ich weiß, das Teambuilding gemacht. Oder zumindest sehr großen Impact gehabt. Wie genau das ablieb, weiß ich nicht. Dann sehe ich da aber weniger ein Mindset drauf. Ja, nicht so großen, würde ich sagen. Du machst schon das Teambuilding und ich gucke nochmal, also wenn wir mal Testkämpfe und dann sage ich nochmal so ein bisschen Feedback, Kritik. Kriegen wir Scherox sogar geburned, weil ich könnte jetzt halt Siedewasser drücken. Jetzt wo das Nebelfeld weg ist, ist das durchaus eine Option. Scherox wird dadurch quasi gar keinen Schaden kriegen. Durch unser Tragalge. Gewinnt Magma Storm nicht gegen defensives Fini? Ja. Sollte ganz gut dabei sein. Dann macht es ein bisschen besseren Schaden. Zumindest kann Heechlin dann immer wieder rausgehen und dann kriegst du halt aber super guten Chip reingedrückt. Ich glaube, ich würde hier einmal auf Skaldi-Skald drücken und einfach mal schauen, ob er wieder einfach safe in Scherox geht. Was eine Option ist durchaus. Du bist für Siedewasser jetzt gegangen. Aber Nebelfeld ist weg, ne? Das ist schon mal ganz gut. Ja, dann ist es ein solider Play, würde ich sagen. Android 17 kommt rein. Das ist Brawnsong. Okay. Will er hier jetzt nochmal... Wenn er das nicht killen sollte... Brawnsong stirbt. Hättest du nachsetzen können. Damit sind seine Rockets... Kill für Handrak! Wreck? Tentragglson! Jawoll! Jetzt ist es natürlich gefährlich. Weil... Jetzt kann hier irgendwas reinkommen, was sehr viel Druck macht. Und es ist Kevlar. Es ist Nidoqueen. Okay. Ich glaube, so krass viel Druck macht er gar nicht mehr. Also, macht schon sehr guten Schaden, aber... Ja, ja, doch, doch. Ich kann da auf keinen Fall drin bleiben. Und X-Bud ist eigentlich fast noch... X-Bud ist jetzt gar nicht mehr so super wichtig, oder? Ja. Ich sag, so ein Superzahn hier und da mal rauszuhauen, schon cool, aber an sich... Ja, der wird ja aber immer für Eistrahl gehen jetzt, oder? Das heißt, ich könnte auch für eine Rollwende gehen, eigentlich. Ich würde nur gerne wissen, was Nidoqueen gegen Tragalge so macht. Also, der wird ja wahrscheinlich trotzdem... Ah, geil, geil! Ja, das ist viel zu viel Schaden. Ich glaube, ich würde ihn nicht anschippen lassen und einfach in Arrow gehen. Viel zu viel Schaden, den ich auf dem gar nicht gebrauchen kann. Der Narcissa ist es, glaube ich, die Affäre. Wenn er jetzt den Eistrahl drückt, dann hat er es halt gerochen. Ja, sieht man schon... Ich meine, wenn Eistrahl kommt, okay, ist obvious, dann verlierst du den. Ist nicht so schlimm. Aber wenn er Erdkräfte drückt, kriegst du den wieder fit. Also, dann ist ein bisschen 50-50 lastig, aber ja. Ja, Erdkräfte kommen auch einfach. Sehr nice. Hm. Und wir könnten jetzt an der Stelle theoretisch einfach mal roosteln. Wir können es ja probieren, oder? Will ich für eine U-Turn gehen. Aber die ist halt wieder schnell, die U-Turn. Das ist kaggy. Ich glaube, ich gehe immer für roost jetzt. Ich glaube, ich wäre für den Superzaden into Ruhrort gegangen. Der Erdkräfte ist in Ordnung, glaube ich. Ich glaube, ja. Dann ist es jetzt halt eben so. Dann können wir es jetzt nicht ändern. Weil dann kriegst du auf jeden Fall Schaden drauf. Und wenn er dann stirbt, okay. Eistrahl kommt, okay. Aber das funktioniert wieder. Das ist gut für uns, grundsätzlich. Dann ist X-Balt wieder ein bisschen fitter. Ja. Wir können jetzt theoretisch... Ja, was soll ich jetzt machen, Alter? Also, X-Balt ist hier natürlich so ein bisschen gechirrt. Wir könnten jetzt auf Fliege gehen. Er kann jetzt aber auch die Erdkräfte drücken. Jetzt, wo er es gesehen hat, ist es eine Option. Durchaus. Ich glaube, ich gehe auf die Kehrtwende und wieder in Dings rein einfach. Und Kangama, maybe. Ich glaube, auf der Range hätte sich ein Superzahn echt nochmal gut gelohnt. Kangama hat hier... Aber X-Balt hat gestorben. Solide Arbeit. Ja, ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Ist nervig gegen den gerade zu spielen. Wo ist Kangama? Da ist Kangama. Aber lebt Kangama in den Glitz plus zweimal Toxic? Finden wir raus. Finden wir raus. Eifste fressen? Okay, Eistrahl, ja. Okay, er bleibt einfach auf den Eistrahl. Er ist eiskalt. Kennt er nichts, Alter. Kennt er aber auch wirklich gar nichts. Verstehst du? Eiskalt. Holy shit, doch. Ja. Holy shit, doch. Holy shit, doch. Kangama könnte noch einen Hit leben. Da sind deine Einflüsse. Ich könnte noch einen Bodyslam rauskriegen. Eispunch würde ihn hier aber killen. Ich sage aber, Bodyslam ist eigentlich in Ordnung. Also, dieses Nidoqueen macht unermesslichen Druck. Holy shit. Er geht aber direkt straight wieder raus. Das ist okay. Wieder Parachance oder Chip? Und Kieme kommt wieder rein. Oh, weißt du. Parachance ist jetzt eher nicht mehr so. Ich fand aber auf jeden Fall, dass es Wahlband hier glaube ich nicht gewesen wäre, oder? Ich weiß nicht. Also, nachdem Bronzong so low warf, wäre natürlich Bodyslam schon geil gewesen. Wenn der Risiko-Tackle wäre halt schon wild gewesen. Das gute alte Truck Galgy. Ja, auf jeden Fall. Wir kriegen jetzt nochmal ein bisschen abgesterbende Hände. Weil ich glaube, dadurch hast du echt viel machen können. Das ist auch ganz nett. Also Bronzong halt paaren und dann drin bleiben können. Und dann mit Feuerschlag. Und halt viel tanken. Tanky wanky? Tanky wanky. Ja. Ja. Es ist jetzt Hagrid. Das Failed Resetten. Hagrid. Abschlag. Immer. Ja. Ich denke, es ist immer Abschlag. Oder? Weil er wird den hier nicht so einfach abschmeißen. Das einzige Ding ist halt Schutzschild. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er kann jetzt Eisstrahl rücken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er das... Holy Shit. Nee. Nee. Es ist eigentlich um den Ballenheim loszuwerden. Hat Belly zumindest gesagt, dass Bandit Gold so scheiße aussieht. Okay. Und Scissor wird safe reinkommen. Ja, aber das ist nice. Das ist nice, da den Ballenheim runterzuhaben. Das ist auch für Tandrak sehr, sehr cool mit der Rollwende. Yes. Der ist sowas von Fistaff. Bruder ist der Fistaff. Holy Shit. Der ist ziemlich Fistaff, ja. Wenn der Speed hat, kann er mich auch speeden? Eigentlich nicht. Das ist nice, weil dann können wir jetzt für eine gute alte Kehrtwende in Heatrin gehen potenziell. Das Ding ist, ich hoffe, er spielt keinen Sandkrab, ne? Ich hoffe, er spielt keinen Sandkrab. Er spielt Sandkrab. Ich hoffe es so sehr. Damn. Das weißt du. Ich wusste das noch nicht. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja, der Ballenheim ist so nice. Aber du rechnest damit. Das ist gut. Das ist giga nice, weil da können wir jetzt eigentlich immer ganz gut Pressern gegen den. Also Kraftkoloss wäre ähnlich schlimm. Und so weiter und so fort. Das ist sehr, 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 sehr sexy. Ja, gegen Tandrak nicht so schlimm dann. Und er muss jetzt eigentlich fast schon... Ja, was eigentlich? Wird er selbst für eine Kehrtwende in Heatrin? Ein bisschen sehr defensiv der Gegner, oder? Belly agiert auf jeden Fall. Reagiert auf jeden Fall. Was eigentlich geil wäre. Aber das ist nicht unbedingt schlecht. Problem ist, wenn dann Kime oder Didoquin wieder reinkommt, wird es problematic. Very problematic. Es kommt auf die Kehrtwende. Ja, dann kommt jetzt wahrscheinlich wieder Didoquin rein, ne? Das ist nicht geil, Alter. Das ist... Kein Flammkörper. Ich spiele hier gar keinen Boilhelm mehr drauf. Ach, Flobert. Flobert. Du hast gesagt, ich soll keinen Boilhelm spielen. Nein. Spaß, Flobert hat gesagt, es ist eine gute Option. Kann man sich überlegen. Muss man aber auch nicht. Okay. Ja, das Ding ist jetzt, will er wieder safe bleiben einfach und drückt einfach Eisstrahl, äh, Erdkräfte. Oder denkt er sich so, nö, boy. Das ist aber wieder fast Voll-Life-Däger. Das war Predictive und klick einfach mal Eisstrahl auf den X-Bud-Switch in. Weil X-Bud kam jetzt immer rein in den. Das Problem an dem Punkt hier, an der Stelle hier. Das möchte ich ganz kurz ansprechen. Belly hat gar keinen, also null Grund, irgendwas zu predikten an der Stelle. Überhaupt nicht. Äh, ja, nicht wirklich, ja. Ist Aragog noch super wichtig. Ich glaube, ich würde es sogar probieren, hier einmal Lavasturm zu drücken. Oh nein. Kann ganz cool sein, auf dem, allein den Damage zu bekommen, aber wie viel macht das? Ja, wenn du jetzt einfach stirbst. Wirbelndes Magma, er geht einfach zu weit für die Erdkräfte, ne? Es ist unfassbar. Belly. Uh, der lebt das einfach. Lebend das einfach. Oh, so ist es nimm. 69 Kapil. So ein Ding ist es nimm. Oh ja. Problem ist halt, Magma Dings macht schon sehr viel jetzt, aber fügt halt gut in den Schleim. Aber, kelt es denn schon? Das ist schon sehr viel Chil. Das ist auch nett, ja. Hast du Erdkräfte? Nein, die habe ich weggemacht für Toxin. Ich glaube, ich würde nochmal drücken. Das Problem ist, ich habe vielleicht auch ein bisschen Angst. Wir könnten jetzt auf einmal auf Tarnsteine drücken, aber das Problem ist, ich habe ein bisschen Angst. Und Kime ist ja auch... Keilt es? Ich habe nicht drauf geachtet, genau. Da kann er nicht rausgehen. Es trifft okay, wichtig. Was solltet es mit Nidoqueen gewesen sein und damit... Du bist ja sehr sicher. Oh, sehr schön, Alter. Nice. Ja, wenn der... Der Erdkräfte sogar lebt, Ruhe, Gewalt, Steppe. Du halt Biest. Holy Shit. Okay, krass. Würde mir aber hier tun, tatsächlich nochmal auf... Und Nidoqueen wegzuhang ist. Ja, Nidoqueen war so lästig. Und eine weitere Gefahr, die für Raiko gefallen ist. Wenn du in der Band irgendwas gebracht hast... Jetzt sieht Raiko langsam wieder nett aus. Vielleicht war das dadurch genug chipped, dass der Magma Storm ausgereicht hat. Ich weiß es nicht. Aber sehr nice. Weil X-Bad hatte echt Probleme gegen Nidoqueen. Also auch von dir. Ehrlich spielt halt super defensiv, reaktiv und so weiter und so fort, aber... Schon mal kein Fünfen, das ist gut. Okay, Aura kommt rein. Will der jetzt einfach... Ja. Die Gras haben. Fand ich war eine gute Idee. So einer bist du, ne? Soll ich Toxic drücken? Soll ich mal lieber Toxic drücken? Geht der für einen Sub? Ich glaube, ich drück mal lieber Toxic eine Runde, oder? Ich hab ein bisschen Angst jetzt. Aber ich hab so viele Gesang, die ich immer nicht ausspreche. Eigentlich will er hier nicht schon wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Ja, okay. Der war krass. Also ich weiß, dass er Akrobatik drauf hat, so. Was gut gegen Gordrom ist. Lass mal, Fäuste. Okay. Und was okay gegen Tandrak ist. Ja, aber wir haben ja Rillaboom. Und wir haben auch noch Norbert. Aber der ist noch full. Ich sag mal, Rillaboom ist schon nicht so gut. Und du spielst ihn sogar physisch defensiv, ne? Wir könnten jetzt Pferdestärke geben. Also, ich hab Akrobatik null auf dem Stirm, sag ich dir. Ja, ja, hätte ich auch nicht unbedingt gehabt. Der ist natürlich schneller. Aber Norbert wär's jetzt halt. Gegen Rillaboom. Ja. High Horsepower sollte eigentlich... Die Initiative-Werte im Overlay stehen für... Der ist natürlich auch... Ich mach mal ganz kurz Pause. Links sind die Werte, die Blocky tatsächlich spielt. Also Raikou hat 332 Speed. 332 Initiative. Und das ist die maximale Initiative, die Bally spielen könnte. Weil Blocky weiß natürlich nicht, wie viel wirklich drauf ist. Aber das ist das Maximum. Das heißt, Raikou ist immer schneller als Kapokime, Xerox, Nidoqueen und Bronzer. Das kann man dann immer so ein bisschen schauen. Plus 1 Death. Das ist true. Plus 1 Death. Weiß aber auch nicht, ob dich eine Akrobate killen würde. Ja, der macht es nicht mehr so viel, wie ich gerne wollen würde. Ähm, der ist leider weg an der Stelle. Das ist problematisch. Ich glaube, es muss Hagrid sein, oder? Ich denke, ich wäre ein Norbert. Es muss Hagrid sein an der Stelle. Ja. Der ist ja nicht Damage boostet oder irgendwas. Was für uns ein Maybe ganz gut ist. Ich meine, Pferdestärke into Grasrutsche. Keine Ahnung, ob das killt. Ähm, ich würde auch für Pferdestärke gehen an der Stelle. Ich denke, beides killt den fast. Äh, Akrobatik. Oh, ja. Das killt noch nicht, ne? Nee, nee, das killt nicht. Das ist gut. Wichtig, Pferdestärke darf nicht missen. Richtig. Pferdestärke. Wichtig. Macht sehr guten Schaden. Er kriegt jetzt noch ein bisschen Recovery und so, aber wir können jetzt für Grasrutsche gehen. Der Auer kann, glaube ich, Doppelschlag tatsächlich, oder? Ja, sollte eigentlich. Das war ein Move. Ja, der scheint aber ein bisschen Boten zu sein, glaube ich. Guter Anfall auch. Aber die Grasrutsche muss jetzt killen. Sonst ist es schwierig. Die sollte killen. Sonst ist es sehr, sehr schwierig. Er geht raus. Okay. Ja, mit Xerox und Ohrafni hat er da noch gute Switches. Ohrafni. Ja, den müssen wir uns auch sprechen. Ohrafni ist sehr, sehr gefährlich. Habe ich mir leider irgendwie angewöhnt. Ohrafni. Hornix, das ist Chlor. Sind wir in Patronenheep-Range? Ich glaube, nur in unserem Testkampf habe ich mir das angewöhnt. Seitdem riecht das nicht mehr raus aus meinem Kopf. Maybe sind wir in Patronenheep-Range. Oh, Patronenheep-Range. Er kann natürlich wieder für Kehrtwende gehen. Sieht halt defensiver aus. Wir haben noch Krumbein, was sehr, sehr gut ist. Gerade für das, weil Aura jetzt quasi tot ist. Norbert ist für den noch sehr wichtig. Ich glaube, ich würde, ja, will ich aber für Arryl gehen. Arryl macht ja gar keinen Sinn. Der Scherox sieht langsam echt scary aus. Aber ich will jetzt auch keine U-Turn-Phrase. Ich glaube, ich gehe für Norbert. Versucht ihr mit Skor zu chippen oder so? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde aber hart rausgehen. Ich habe ein bisschen zu sehr Angst vor dem Patronenheep. Bin ich ehrlich. Tragalgen. Ja, Elchi heißt es. Kehrtwende. Okay, kommt nur Kehrtwende. Es kommt einfach die Kehrtwende. Ja, aber alles, was reinkommt, ist okay für dich, ne? Ja. Absolut. Also, weil sie offensichtlich Neuvern, wenn ein Draco droppt, ist schwierig. Ja. Ja, aber der ist ja perfekt. Es kommt wieder Aura rein. Der ist absolut perfekt. Okay, das ist hindrössig. Also, hier würde ich jetzt auf jeden Fall prediken, dass er direkt mit Vault-Wechsel wieder raus will. Oder generell direkt wieder raus will in Scherox. Mach ich doch. Andererseits Siedewasser. Den mit Sludge Wave. Glaub ich würde hier... Was will er jetzt... Was kann er denn so krasses Knock-Off? Will er mich knocken? Das kann sein. Ich gehe trotzdem für eine Schlamm-Burge. Ist mir egal an der Stelle. Soll er mich halt knocken? Okay, bleibt drin. Kommt der Akrobatik einfach? Na gut. Stimmt, die behält ja ihre 110er-Stärke. Boah. Das macht nothing, Alter. Ja, ja, weil du den Physio-Stefen gespielst. Ja. Ja, Strong. Zweiter Kill für Tandrak. Sehr, sehr nice. Und Tandrak-Kasten. Norbert, richtig guten Job. Vor allem mit dem Gas. Hält er auch so viel Recovery. Du bist einfach... Das ist eigentlich auch Nidoqueen gerade. Holy shit. Tandrak-Akasten. Ja. Was ist denn los mit dir? Was ist mein Nidoqueen? Na gut. Ich akzeptiere das. Ich akzeptiere das. Ich bin sehr hell. Ich weiß das hellgeroden draußen plötzlich. Es ist Scherob. Ich bin sehr hell. Ich würde den aber scrollen. Nach wie vor würde ich den scrollen. Ja. Glaube ich. Also gegen Kima hast du viel mehr noch. Der hat Sandkrab dabei. Ich habe es mir fast gedacht. Das wird auch Schaden machen. Auersidebar, ja. Vor allem kannst du mit der Flip-Turn auch nochmal raus. Das Gute ist, wir haben Grasfeld und Gift-Schleim. Burn, 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 burn. Komm, gönn. Ja. Wir haben Grasfeld und Gift-Schleim immer noch. So, ich würde sogar weiter für Skald gehen, weil wenn Sherox weg ist, Bruder, das wäre so insane. Aber der kann auch Ruhr-Orddach haben. Sehr, sehr stark. Das dürfen wir nicht vergessen. So, Burn, das schon mal ganz nice wirkt. So ein bisschen dem Grasfeld auch anbieten. Der ist halt für Bollenherm natürlich dafür da, um möglichst viel zu tanken. Auch ganz gut entgegen. Grasfeld ist jetzt weg. So, das Ding ist jetzt der nächste Skald. Sandkrab auch gegen Raikou gut, ne? Ähm, ja. Ich habe echt nur an Heat-Turn gedacht bei unserem Testkab, aber klar, Tandrakou und Raikou toucht man damit auch sehr, sehr gut. Oder? Es ist nochmal Skald. Okay. Warum heißt der eigentlich Norbert? Das ist doch im Buch eine Norbertta. Vielleicht doch die Flip-Turn. Stimmt, das ist weiblich nachher am Ende, ne? Oh, true. Maybe ja. Weil wir können halt uns scheiße machen. Aber trotzdem war der immer als Norbert unterwegs. Ich meine, wir recoveren uns so ein bisschen gegen... Ich glaube, hier wäre Flip-Turn besser gewesen. Gegen das Sandkrab, das ist ganz nice. Aber ein bisschen mehr Chip macht das ja doch. Du weißt, ehrlich gesagt, gar nicht auf wen, wenn er jetzt bragt. Wir können das nicht auf ewig halten hier. Das klappt nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich auf Rollwände gehe. Ich glaube, ich gehe hier für eine Rollwände. Aber Airbrake hat auch sowas wie X-Bud eigentlich nicht. Bin vielleicht ein bisschen ungeduldig. Bei Xerox haben wir jetzt noch... Ach, hier ist Xerox. Jetzt, wo er gebürnt ist, nicht mehr, ne? Sandkrab. Ja, eben. Also X-Bud ist jetzt eigentlich ganz nett. Weil du kannst halt immer wieder Super-Zahn drücken. Und der ist burned. Beispielsweise. Aber auch kein Problem. Ja, was schicken wir da jetzt rein? Nö, aber du kannst halt seinen Ruheort erst on. Eigentlich ist das vermeint schon fast. Weil wir immer Donnerblitz spammen können. Der kann natürlich trotzdem für Sandkrab gehen. Also ich denke, ich hätte hier jetzt... Also wenn Belly passiv spielt und sich die Zeit nimmt, hätte ich mir jetzt, glaube ich, hier auch die Zeit genommen und einfach mit X-Bud seinen Ruheort gestallt. Wie heißt das? Sandkrab? Ist das einfach Sandkrab? Was macht das so viel Schaden, Bruder? Was ist denn da los? Wir könnten natürlich für ein Dings gehen. Ich finde X-Bud echt nicht mehr so wertvoll. Und dann kann man mit dem einfach so ein bisschen AP-Stall betreiben. Theoretisch true. Also Mei macht Raiko auch genug, weil du ja Gedankengut-Möglichkeit hast, die Stars. Okay, es muss jetzt Grumbine sein. Wir könnten jetzt einmal Gedankengut drücken. Stimmt, ich habe aber auch das Gedankengut, weil ich die ganze Zeit vergessen habe. Ich habe mir gedacht, wie breakst du jetzt mit Kraft hier? Aber ja, Gedankengut. Wir haben natürlich die... Gedankengut, ja. Du drückst halt jetzt immer Sandkrab ab, ne? Einfach mal einen Donnerblitz abfeuern, oder? Einfach mal einen Donnerblitz abfeuern. Wir könnten aber auch einmal Gedanken gut drücken. Aber wir kriegen halt noch mehr Chip-Guess. Ich glaube, ich drück einmal Gedanken. Ja, ich glaube, es ist richtig. Er wird verkehrtwendig. Nee, er geht hart raus. Er geht einfach hart raus. Das könnte huge sein. Huge. Die Euvern kommt rein. Ja, und jetzt ist halt Donnerblitz into Dampfwalze, ne? Neuvern gegen Reuvern. Donnerblitz into Dampfwalze. Also, vielleicht nochmal kurz erklärt, so auf die Dampfwalzen, die bin, glaube ich, ich gekommen, oder? Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob sie geil ist. War auch eher so Mimik gemeint. Aber sie könnte cool sein. Weil das Problem an Neuvern ist ja, klar, man haut da jetzt einen neutralen Donnerblitz drauf und kriegt ihn damit ja auch easy gebraked. Aber der ist ja schneller, drückt dann Ruheort und dann verliert er seinen Flugtyp, ist also nur noch ein Drachen-Pokémon und dann ist der Donnerblitz plötzlich nicht so effektiv. Und das ist ein bisschen nervig. Und deswegen drückt man auf den Ruheort, wo der den Boden berührt, die Dampfwalze, um den langsamer zu machen, damit Donnerblitz seinen neutralen Schaden macht. Yes. Bin gespannt, ob das funktioniert. Das war zwar nie der Plan, das war eigentlich für Aura gedacht, die Dampfwalze. Ja, auch. Aber es war auch, um Dings zu breaken. Ja. Ja. Plus eins. Plus eins, plus eins. Ja, aber das sieht jetzt gut aus. Können wir den, wenn der Offensiv ist, schon fast wegfeuern einfach. Ich glaube, ich drücke auch einfach Donnerblitz an der Stelle. Oder du parerst halt einfach. Dann ist Dampfwalze Ege. Na, Toxin nervig. Toxin. Na gut. Beim Überreste solltest du eine Weile haben. Wir haben aber immer noch die Überreste, was auch huge ist, by the way. Huge. Wie viel macht das? Ja. Das ist sehr, sehr angenehmer Schaden, möchte ich an der Stelle gesagt haben. Sehr, sehr angenehm. Bitte habt das jetzt auch im Blick. Ähm. Ja, Donnerblitz. Na. Mann. Das war so ein cleanes Spiel bis hierhin. Du und. Mann. Nein. Die Dampfwalze war auch dafür. Okay. Warum bist du so trash? Okay, ich hoffe, du kommst jetzt gleich drauf. Macht natürlich keinen Schaden mehr jetzt. Ja, also. Will er weiter roosten, weil dann gehe ich für eine Dampfwalze, glaube ich. Ja. Er hat's. Er hat's. Der Junge da im Video. Seht ihr den? Den da unten. Das ist die richtige Richtung, glaub schon. Er hat's. Ich glaube, ich mach das. Er hat's. Er drückt es sogar. Ja. Sehr gut. Danach ist er langsamer. Und das ist ein Kill. Wir können mit Dinges reinschöpern. Also noch nicht direkt, aber. Wir können mit Dinges richtig reinschöpern. Dampfwalze, let's go. Oh, nice, Mann. Sein Speed droppt und wir könnten jetzt theoretisch einmal rausgehen. Weil ich glaube, er wird jetzt auch rausgehen. Was? Geh jetzt nicht raus, bitte. Du hast gesagt, wir könnten jetzt rausgehen. Hä? Warum sagst du? Wir könnten jetzt rausgehen. Du drückst Instant Donnerblitz? Ich gehe nur bei der Möglichkeit durch. Nennen doch alle. Nennen doch nicht nur die. Machen wir doch nicht zur Angst. That's the shit. Warum eigentlich Dampfwalze und nicht Donnerwelle? Weil man damit auch was gegen Sarah Aura gleichzeitig hat. Kann es ja leider nicht alle spielen. Ja. Okay. Und Donnerwelle wird von Aura wieder so weggeslurpt. Genau, genau, genau. Okay, er bleibt drin. Oh ja, gönn dir. Ah, fruchtig. Drück jetzt Ruheort, okay. Oh, hat er das nicht bedacht? Ja. Äh, doch, er will den Toxiesten. Eigentlich wärst du den Toxiesten, bin ich ehrlich mit dir, wenn wir noch mal Gedanken gut rauskriegen würden irgendwie. Nein. Das wäre grunts grunts sexy. Nein, 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 nein. Einfach machen. Nein, 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 nein. Einfach machen. Er wird jetzt halt rausgehen. Go. Du killst doch alles. Wir könnten auch auf Hagrid. Bitte würf es nicht. Bitte würf es nicht. Nein. Mach das nicht. Geh raus aus diesem Menü. Ja. Nein, ja, ja. Ja. Feiner Junge. Feiner Junge. Feiner Junge. Ich glaube, er muss fast Kima abwerfen, weil Kima hat keinen Wert mehr in dem Match. Eigentlich nicht. Uh. Ich meine, ja. Jetzt kommt aber Sherox rein. Aber der ist gebürt und Patronik wird resistet. Nur ein Stunnerblitz wird ja auch wehtun. Ja. Ja, das scheppert. Ja. Ich denke, den Pferd, den du gecalled hast, mit Kima abwerfen, wäre besser gewesen. Den gefällt mir natürlich Go. Ja, ich glaube auch. Sehen wir Speerwerfen? Ich weiß es nicht. Bisher noch nicht. Ey, 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 ey. Ich kenne den Kampf nicht. Na, na. Was? Was passiert? Er geht doch nicht raus. Warum macht ihr das? Ey, warum macht denn der da viel? Holy, ich bin erleuchtet. Wuh. Erleuchtung. Okay. Wird er jetzt einfach auf Patronik? Sehen wir Speerwerfen? Wird er. Ich meine, okay. Und das ist gar nicht mal schlecht für uns. Okay. Weil du killst ihn. X-Mart kriegt tatsächlich in diesem Match ein Kill. Also das ist alles. Aber nicht das, womit ich rechnen würde. Jetzt wird Speer geworfen. Nur für den Fall der Fälle, dass er hier husten will. Nee, das killt. Also wenn das jetzt nicht killt, ne. Weil das wird killen, oder? Ja. Ah. Okay. Okay. Also. Das war mehr als risky, aber es ist aufgegangen. Was für risky. Und jetzt sieht Wardroon natürlich ganz gut. Naja, wenn der Ruhrout gedrückt hätte, wäre der gesamte Progress weg und du hättest wahrscheinlich verloren gegen den. Problem. Aber Norbert sieht eigentlich ganz geil aus. Also dann hättest du immer noch mit X-Bud stallen können, die Stars, Ananas. Ich sehe halt Probleme. Oh, wir hätten vielleicht erst das Grasfeld rausgekommen. Wenn dieses X-Bud-Set einen Kill bekommen hat. Ich weiß es auch nicht, wie du das gemacht hast. Ich sehe große Probleme bei Neuwirn. Weil wenn der einen Draco droppt. Gut, der ist jetzt vielleicht nicht offensiv unbedingt. Droppt den Draco. Aber Draco wird trotzdem eigentlich immer killen an der Stelle. Ja, aber der drückt ja jetzt niemals Roost. Und deswegen ist jetzt die Frage, soll ich hier einmal auf X-Bud rausgehen? Ich denke auch. Das war auch mein Gedanke. Ich glaube fast ja. Ich glaube, ich muss einmal auf X-Bud rausgehen. Den Draco abfangen, maybe. Ja, 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 ja. Und dann zurückfeuern. Das ist eine ganz andere Intensität von Reaction hier. Killt er halt nicht mehr. In meinem Sessel. Orkan. Oh nein. Oh nein. Nie im Leben gekillt. Oh nein. Bellis T- Bellis Thumbnail. Bellis Tidl. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da fängt alles mit T an. Ja, Grasfeld rausholen. Bellis Thumbnail Tidl. Ach du Kacke. Ja, eigentlich ist es Norbert wieder, oder? Was macht denn Norbert gegen den einen? Wenn Grasfeld erst rausholen, hätte ich aber auch irgendwo gefühlt, aber... ...speziell defensiv sein, I guess. ...find ich schon gut, so. Und dann machen wir gar nicht mehr so... Ja, dass die Verwirrung jetzt kommt, ist halt... Und wenn wir Draco droppen, wir droppen den Draco. Double Draco droppers, let's go! Da sind sie. Ja, wenn du das zahlen möchtest, dann wird er uns nicht killen. Okay. Er geht raus. Das ist aber mehr als fein. Dann soll er in Team reinkommen. Ist Recovery für uns, oder? Ja, auch für ihn. Aber ist okay. Ist halt Recovery für uns, so. Ja, aber... Also... Ich sag dazu gleich noch was. Oh. Oh Gott. Warte mal. Warte mal was. Oh oh. Oh oh. Was hat er gescoutet? Nee. Ich dachte kurz, das Ebelfeld schwächt unseren Draco ab, aber nein. Doch. Er schwächt nur seinen eigenen Draco damit ab. Ah nee. Und ich glaube, Kieme killen dir. Schmordgewalt, Schmordgewalt. Wie viel macht das? Ja. Warum macht das so guten Schaden? Schon nicht wenig. Noch ein Kielschetandag. Warum macht das denn? Holy shit. Warum macht das denn so guten Schaden? So, jetzt doch unraffend hier. Nee, Grasfeld ist ja gar nicht draußen. Scary, 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 Alter. Aber alles so angechippt des Todes ist. Ist halt die Frage jetzt. Möchte ich Dings abwerfen? Ich glaube, Gortrom, let's go. Weil mein Draco sollte trotzdem noch killen. Und seiner kann killen. Wenn ich jetzt aber einmal das Grasfeld raushole... Ich habe 136... Ich glaube, ich würde Gortrom hier sacken. Einfach um diese Recovery zu haben. 80%. Er kann mit dem Draco killen. Aber die Kabel kriege ich doch gar nicht mehr. Muss aber nicht. Ich gehe für den Draco. Sein Draco wird hier abgeschwächt. Das hat doch gar keinen Draco. Das kommt aber nur auf Karte. Ich meine, Verwirrung wäre giga-shit. Ja, maybe. Kommt nicht, Draco drin. Und? Das Nebelfeld ist draußen, Digger. Das killt immer. Komm schon. Oh mein Gott. Nice. Das Nebelfeld. Das Nebelfeld. Das Nebelfeld. Haben wir uns auf der Belly gesnackt. Holy shit. Tantra mit 4 Kills. Ich will ja nicht sagen, dass Tantra auch getrash-talkt wurde. Ich will ja nicht sagen, dass diese Cam gerade absolut trash aussieht. Nein, die ist nicht von Belly, aber auch getrash-talkt worden. GG, Belly. Oh. Es ist so schön. Spieltag 2, zweiter Sieg. Erstmal Tantra und Tantra, 4 Kills. Nice. Geiler Boy. Nehmt man aber sowas von mit. Aber pass auf. Ja. Der hat bei mir in der NPBL 3 Kills gemacht bei seinem einzigen Einsatz und einmal 1 KP nicht abgezogen. Oh, okay. Ne? Also 75, also der hat eine Quote von 75% in der gesamten NPBL und ist damit das beste NPBL-Mon nach Quote. Ja. Also deswegen ist der schon mal nicht trash, aber du hast es nochmal gesteigert mit 4 Kills. Ja. Bei einem Einsatz. Weißt du ja, was im nächsten Spiel auch passieren wird, was? Nein. Vielleicht auch nicht. Okay. Ich fand's großartig, also GG Belly natürlich auch an der Stelle, in der Kuss. Ja. Ich fand's sehr großartig, dass Belly in seinem Video auch auf die Verwirrung gehofft hat, die natürlich nicht kam. Mhm. Und ich hab den Kime-Play auch nicht verstanden. Ich hab ihn nicht verstanden. In meinen Kommentaren stand halt, es wäre immer mein Play gewesen, Schlammwurge zu drücken, weil der Wechsel auf Kime-Obvious war. Nee. Null. Nee. Hab ich nie gesehen, den Wechsel. Also selbst wenn der Wechsel kommt, also ich halte es jetzt auch nicht für sehr wahrscheinlich, aber wenn er kommt, dann hast du genau die Situation, die du jetzt gerade hattest, drückst du halt Schlammwurge dann drauf und kriegst halt in der Zeit noch ein bisschen Recovery. Klar, Mondgewalt, ein bisschen nervig, aber ist halt so dann. Hab ich jetzt auch nicht als Play gesehen. Und vor allem, was ja auch scheiße ist, dieses Nebelfeld. Aber dass Belly da nicht dran gedacht hat, dass er seine eigene Orkan-Verwirrungschance damit quasi negiert, finde ich verzeihbar auf jeden Fall. Ja. Ja. Safe. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Scheiße. Kannst dir überlegen. Kann ich ja echt währenddessen noch sagen. Also ich fand, du hast das echt sehr, sehr clean gespielt. Ich hätte mir noch ein bisschen gewünscht, dass du bei Heatrin gewusst hättest, dass deine Erdkräfte überlebt. Dann wäre das nochmal so ein besserer Play gewesen. So war es eher so, oh, okay. Ja. Ja. Dass du mit Raikou noch rausgegangen bist da, denke ich mir auch so, boah, weiß ich nicht. Aber ja, irgendwo muss Xerox natürlich eigentlich für den Patronib gehen, weil eigentlich gehst du in dem Szenario nicht raus. Ne, weil sonst kriegt sich Xerox ja einfach wieder hochgehielt und der ganze Progress ist so ein bisschen weg. Ja, richtig. Und X-Bud kann halt dann finischen, wenn Patronib kommt und tankt den auch nochmal. Ja. Sehe ich. Dann irgendwo. Wenn du es so begründet hättest, sage ich mal. Aber ansonsten wirklich. Aber ich habe gesagt, da geht jetzt immer für Patronib oder nicht. Habe ich nicht gesagt? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Wenn du es gesagt hast, dann okay. Dann wäre natürlich so ein bisschen Ausführung, die es da ist noch geil gewesen, um es so als Zuschauer noch nachzuvollziehen. Wir müssen natürlich immer kritisch bleiben, Leute. Ihr wisst es. Immer kritisch bleiben. Aber ansonsten sehr, 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 sehr clean gespielt. Ich weiß, dass das Matchup auf jeden Fall nicht sehr einfach war. Und ist auch strong. 3-0 ist super, super strong. Auch für den Kampfverlauf ist 3-0 ein richtig hohes Ergebnis. GG. Ja, super nice. Also ich war auch super happy dann. Also sehr geil.